Woche 9. Gewinnen Sie mehr Vertrauen ins Leben und in sich selbst. Hallo und willkommen in der neunten Woche. Heute geht es um ein Thema, das die Qualität Ihres Lebens grundlegend beeinflusst. Es gibt eine Fähigkeit, die es uns im Leben deutlich einfacher macht. Das ist die Fähigkeit zu vertrauen und positiv und optimistisch in die Welt zu blicken. Als Säuglinge haben wir naturgemäß ein bedingungsloses Vertrauen. Wir vertrauen unseren Eltern, dass sie uns beschützen und wir gehen davon aus, dass sie gut für uns sorgen werden. Als Babys haben wir das, was man Grundvertrauen nennt. Doch schon als Kinder und auf unserem weiteren Weg zum Erwachsenen machen viele dann Erfahrungen, die unser Vertrauen erschüttern oder vielleicht vollkommen zum Verschwinden bringen können. So erleben wir zum Beispiel Enttäuschungen und Verletzungen und manch einer von uns schließt daraus, dass die Welt ein gefährlicher und unfairer Ort ist und dass es besser ist, weniger Vertrauen zu haben und eher das Schlechte zu erwarten. Andere Menschen dagegen machen als Kinder und Jugendliche eher positive und bestärkende Erfahrungen und erleben, dass es sich auszahlt, Vertrauen in andere Menschen, in sich selbst und ins Leben allgemein zu haben. Sie glauben daran, dass alles gut wird und dass sie irgendwie mit allem klarkommen werden. Nun haben sie ja in Woche 7 zum Thema Glaubenssätze erfahren, dass unser Wahrnehmungsapparat dazu neigt, unser bestehendes Weltbild zu bestätigen. Jemand, der kein Vertrauen hat, wird seinen Fokus im Alltag also eher auf die Situationen richten, die beweisen, dass man nicht vertrauen darf. Und alles andere wird eher ausgeblendet. Während jemand mit Vertrauen ins Leben eher das Gute und Positive in der Welt sehen wird und dem Schlechten und Negativen weniger Aufmerksamkeit schenkt. Ich weiß nicht, ob Sie das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung kennen. Dieses Prinzip besagt, dass wir selbst oft unbewusst so handeln, dass unsere Erwartungen von der Zukunft erfüllt werden. Das heißt, wenn ich dem Leben nicht vertraue, dann tue ich eventuell unbewusst einiges dazu, um mein negatives Weltbild zu bestätigen. Jemand, der die Welt für unfair und schlecht hält, der bringt sich oft unbewusst in doofe Situationen, sodass er hinterher sagen kann, habe ich's doch gewusst, die Welt ist schlecht. Solche selbsterfüllenden Prophezeiungen funktionieren aber auch in der anderen Richtung. Wer fest an sich glaubt und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat, der schafft oft Dinge, die niemand für möglich gehalten hat. Das können Sie oft beobachten, wenn Menschen sich durch Fehlschläge und Misserfolge nicht von ihrem Ziel abbringen lassen, weil sie fest daran glauben, dass sie es schaffen werden. Natürlich gibt es immer Gutes und Schlechtes in der Welt. Wir werden manchmal enttäuscht und manchmal unfair behandelt. Genauso wie wir oft fair behandelt werden und andere Menschen unsere Erwartungen erfüllen. Es gibt natürlich Gründe, manchmal skeptisch und misstrauisch zu sein. Aber es gibt eben auch Gründe, an das Gute im Menschen zu glauben. Leider wird der Glaube, dass die Welt schlecht ist, massiv von unseren Medien unterstützt. In den Nachrichten finden sie zum Großteil Skandale, Katastrophen und andere negative Meldungen. Nicht, weil es nichts Positives zu berichten gäbe, sondern weil schlechte Nachrichten sich einfach besser verkaufen und für bessere Einschaltquoten sorgen. So entsteht in der Wahrnehmung vieler Menschen eine Schieflage. Die Medien spiegeln eben nicht eins zu eins die wirkliche Welt wieder, sondern in erster Linie das, was sich gut verkauft. Es gibt genauso viel Gutes, Schönes und Inspirierendes in der Welt. Nur wird darüber in den Medien einfach nicht so viel berichtet. Wenn sie aber mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann werden sie es überall entdecken. Und damit kommen wir zu einem interessanten Gedanken. Ob wir ins Leben vertrauen oder grundsätzlich eher misstrauisch durchs Leben gehen, ist also keine Frage der Wahrheit oder Realität. Für beide dieser Grundeinstellungen gibt es gute Argumente. Wenn wir glauben, dass wir dem Leben vertrauen können, ist das genauso wahr, wie wenn wir glauben, dass wir dem Leben nicht vertrauen können. Beides ist irgendwo richtig. Aber denken Sie noch einmal an die Macht der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Denken Sie daran, dass wir oft selbst unbewusst dafür sorgen, dass wir das im Leben bekommen, woran wir glauben. Welche Sichtweise hilft uns dann wohl mehr, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen? Ist es die negative Sichtweise auf die Welt oder ist die positiv optimistische Sichtweise und das Vertrauen ins Leben hier nützlicher? Wenn wir die Sache so betrachten, dann siegt das Vertrauen klar nach Punkten. Es gibt sehr viele Gründe, sich selbst, anderen Menschen und dem Leben zu vertrauen. Es ist nicht nur so, dass uns eine positive und optimistische Grundhaltung aktiver, handlungsfähiger und tatkräftiger macht, weil wir uns selbst weniger durch Sorgen und Bedenken ausbremsen. Wir machen uns das Leben auch einfacher, wenn wir vertrauen. Wir empfinden dann mehr Lebensfreude, leben leichter, haben mehr Spaß, sind lockerer, haben weniger Stress im Leben, machen uns weniger Sorgen, sind weniger ängstlich und treten dem Leben offener und mutiger gegenüber. Und wenn ich hier von einer positiv optimistischen Grundhaltung rede, dann meine ich nicht damit, negative Dinge zu ignorieren und sie sich schönzureden. Ein positiv optimistischer Mensch sieht Schwierigkeiten ins Auge und vertraut darauf, dass er mit ihnen klarkommt und dass er etwas daraus lernen kann. Und wenn Sie jetzt sagen, na klasse, dann habe ich also verloren, wenn ich dieses Vertrauen nicht habe, dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Denn wir können gezielt etwas tun, um unser Vertrauen zu stärken. Genau darum geht es in dieser Woche. Es geht um die Frage, wie kann ich mehr Vertrauen ins Leben und mehr Vertrauen in mich selbst bekommen. Lassen Sie uns kurz betrachten, was Vertrauen überhaupt ist. Wenn wir einem anderen Menschen vertrauen, dann glauben wir, dass dieser uns wohlgesonnen ist und dass dieser uns nichts Böses will. Wenn wir dem Leben vertrauen, dann glauben wir, dass letztlich alles gut wird und dass alles, was passiert, schon seinen Sinn hat und dass alles, was uns widerfährt, uns irgendwie weiterbringen wird. Wenn wir uns selbst vertrauen, dann glauben wir, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, schon irgendwie schaffen werden. Das heißt, wir glauben daran, dass wir erfolgreich in dem sein werden, was wir tun. Haben Sie gemerkt, wie oft in dieser Beschreibung von Vertrauen das Wort Glauben vorgekommen ist? Vertrauen ins Leben ist Glaubenssache, also eine Einstellung. Und eine Einstellung ist ja nichts anderes als ein Satz an Glaubenssätzen und Denkmustern, so wie in Woche 7. Wer vertraut, der denkt Gedanken wie Ich glaube daran, dass alles gut wird. Ich glaube daran, dass alles im Leben einen Sinn hat und dass ich aus allem etwas lernen kann. Ich glaube daran, dass ich es schaffen werde. Und wenn Vertrauen ins Leben nichts anderes ist als ein bestimmtes Denkmuster und ein Satz von Glaubenssätzen, dann ergibt sich daraus die folgende wunderbare Schlussfolgerung. Da wir Glaubenssätze umtrainieren können, können wir auch lernen, Vertrauen zu haben. Wir können lernen, uns selbst zu vertrauen. Wir können lernen, ein optimistischer und positiver Mensch zu werden. Und wie? Ganz einfach, indem Sie die Selbstcoaching-Werkzeuge aus Woche 7 und aus Woche 8 anwenden und Ihre Denkmuster systematisch umtrainieren. Das Glaubenssatztraining und Autosuggestionen helfen Ihnen dabei, Ihr Vertrauen ins Leben Schritt für Schritt aufzubauen. Wenn Sie bisher eher auf die dunkle Seite der Welt geschaut haben, dann wird dieses Umtrainieren wahrscheinlich eine Weile dauern. Aber wenn Sie an Ihrem Training dranbleiben und sich selbst die notwendige Zeit geben, können Sie lernen, sich das Grundvertrauen ins Leben zurückzuerobern, das Sie als Kind einmal gehabt haben. Und wenn Sie mich fragen, welches Glaubensmuster unser Leben am stärksten positiv beeinflusst, dann steht bei mir Vertrauen an oberster Stelle. Nichts hat in meinen Augen so eine positive Wirkung auf unser Leben und unsere Gefühlszustände wie Vertrauen ins Leben und Vertrauen in uns selbst. Wie gehen Sie nun genau vor, um sich das Vertrauen ins Leben anzutrainieren? Dazu können Sie zwei Dinge tun. Erstens, üben Sie ganz spezielle Denkmuster ein, die die Basis für Vertrauen ins Leben bilden. Zweitens, jetzt kommt der harte Teil. Stellen Sie sich Ihren Ängsten. Finden Sie heraus, was Ihnen Sorgen und Angst macht. Begreifen Sie, was hinter diesen Ängsten steckt. Stellen Sie die Ängste in Frage und lernen Sie mit Ihren Ängsten umzugehen. Fangen wir mit Schritt 1 an, bei dem es darum geht, sich bestimmte Glaubenssätze anzutrainieren. Es gibt eine ganze Reihe von Denkmustern, die ein gutes Fundament für das Vertrauen ins Leben bilden. Ihre Aufgabe ist es nun, solche Glaubenssätze für sich zu finden, diese zu verinnerlichen und sich zu eigen zu machen. Menschen, die vertrauen, glauben zum Beispiel an die folgenden Dinge. Es gibt so viel Gutes und Positives auf der Welt. Alles, was passiert, ist letztlich zu etwas gut und ich kann aus allem etwas lernen. Das Leben ist dazu da, um zu lernen, sich weiterzuentwickeln und um neue Erfahrungen zu machen. Durch neue Erfahrungen, durch schöne, aber auch durch schmerzhafte, wachse ich als Mensch. Alles ist richtig, wie es ist. Alles hat einen Sinn, auch wenn ich den Sinn manchmal nicht verstehe. In jeder Schwierigkeit steckt eine Chance. Jeden Tag passieren überall kleine Wunder. Jedes Problem ist ein Geschenk in Verkleidung. Das wird schon klappen. Das wird sich schon irgendwie zum Guten entwickeln. Ich komme mit allem irgendwie klar, egal was passiert. Ich kann alles bewältigen. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ich kann mir Hilfe holen, wenn ich allein nicht weiterkomme. Diese oder sinngemäß ähnliche gewohnheitsmäßige Denkmuster werden Sie bei optimistischen und positiven Menschen finden, die Vertrauen ins Leben und in sich selbst haben. Das ist das Denksystem, das Vertrauen ausmacht. Und Sie können diese Art zu denken durch Autosuggestion und durch ein Glaubenssatz-Training in Ihrem Kopf etablieren und stärken. Nehmen Sie nun diese Gedanken aus der Aufzählung als Anregung und entwickeln Sie Ihre ganz persönliche Formel für die Autosuggestion. So, wie Sie es in Woche 8 kennengelernt haben. Hören Sie sich dazu am besten die Woche 8 noch einmal an. Hier kommt ein Beispiel für so eine Vertrauensformel. Wie wäre es, wenn ich auf der Welt wäre, um zu lernen und um Erfahrungen zu machen? Ich kann mir erlauben, jeden Tag mehr und mehr zu verstehen, dass alles, was passiert, zu etwas gut ist und dass ich aus allem etwas lernen kann, indem ich offen und neugierig bin. Ich kann mir erlauben, dem Leben zu vertrauen und ich kann mir erlauben, mir selbst zu vertrauen. Vertrauen tut mir gut. Vertrauen ist gut für mich. Mir wird jeden Tag mehr und mehr klar, dass ich mit allem irgendwie klarkommen und alles bewältigen kann. Alles ist richtig, wie es ist, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich muss es auch nicht verstehen. Könnte ich es nicht genießen, wenn ich vollkommenes Vertrauen in mich selbst hätte? Wäre es nicht schön, wenn ich vollkommenes Vertrauen hätte, dass alles gut wird? Ich lerne jeden Tag, mehr und mehr zu vertrauen. Und alles wird sich zu meinem Wohl und zum Wohl aller entwickeln. Okay, jetzt sind Sie wieder dran. Formulieren Sie jetzt Ihre Suggestionsformel, mit der Sie Ihr Vertrauen ins Leben stärken können. Nehmen Sie dazu als Grundlage die eben gehörten, beispielhaften Gedanken, die positive und optimistische Menschen oft denken. Sie finden diese Gedanken übrigens auch wieder bei den Formularen dieser Ausgabe. Verwenden Sie für die Formulierung die Anleitung, die Sie in Woche 8 kennengelernt haben. Halten Sie die Wiedergabe bitte jetzt an und schreiben Sie Ihre Suggestionsformel auf. Vielleicht werden Ihnen auch Gründe einfallen, warum Sie nicht vertrauen können. Und vielleicht werden Ihnen Zweifel begegnen, die dagegen sprechen, einfach zu vertrauen. Denken Sie immer daran, unsere Zweifel sind auch nur willkürliche Gedanken und nicht die Wahrheit. Wir haben die Wahl und können uns entscheiden, was wir denken wollen. Falls Sie Zweifel bekommen, disputieren Sie dieser Zweifel einfach mit den Werkzeugen, die Sie in Woche 7 kennengelernt haben. Formulieren Sie den Zweifel und hinterfragen Sie ihn dann ganz systematisch mit den Fragen, ist das wirklich so, wie ich glaube? Und kann ich beweisen, dass das so ist? Wenn Sie lernen wollen, mehr Vertrauen ins Leben zu haben, dann können Sie von zwei Seiten an die Sache herangehen, am besten von beiden Seiten gleichzeitig. Erstens etablieren Sie mit Hilfe von Autosuggestionen neue Denkmuster, die Ihr Vertrauen stärken. Und zweitens schwächen Sie Zweifel an Ihrem Vertrauen, indem Sie die Zweifel systematisch hinterfragen. Allein mit dem verinnerlichen neuer vertrauensfördernder Denkmuster können Sie auf der allgemeinen Ebene schon viel erreichen, um mehr Vertrauen ins Leben zu bekommen. In vielen Fällen kommen Sie aber nicht darum herum, sich Ihren ganz konkreten Ängsten zu stellen. Denn mangelndes Vertrauen ist Angst. Es ist die Angst, dass alles schief geht oder die Angst, dass wir es nicht schaffen werden. Und wenn wir vertrauen wollen, kommen wir meistens nicht darum herum, uns unserer Angst zu stellen. Alle Menschen, auch die, die dem Leben vertrauen, haben Ängste und Zweifel. Die große Frage ist nur, wie viel Macht Sie Ihren Ängsten und Zweifeln einräumen. Ängste, Sorgen und Zweifel haben ja durchaus ihre Funktion. Sie warnen uns vor Gefahren und sorgen dafür, dass wir uns gut vorbereiten. Aber wenn sie übermächtig werden, richten Ängste und Zweifel Schaden in unserem Leben an. Besonders wenn sie uns lähmen, uns vereinnahmen und unser Leben zu einem Großteil bestimmen. Und wie gehen die meisten Menschen mit ihren Ängsten um? Das Standardrezept lautet Ignorieren oder Verdrängen. Was das bewirkt, kennen Sie schon aus der fünften Woche zum Thema Innere Widerstände. Wenn wir etwas verdrängen, geht es in den Untergrund und richtet von da weitaus größeren Schaden an, als wenn wir uns der Sache offen stellen. Da ist es besser, unsere Ängste an die Oberfläche zu holen und sie einmal ganz genau zu betrachten. Ich weiß, diese Aussicht kann einem am Anfang noch mehr Angst machen. Aber glauben Sie mir, es ist ein sehr befreiendes Gefühl, wenn wir uns unseren Ängsten gestellt haben. In den meisten Fällen werden Sie denken, wow, das war ja doch gar nicht so schlimm. Und Sie werden sich freier und leichter fühlen. Wenn Sie wirklich Vertrauen lernen wollen, dann kommen Sie nicht darum herum, Ihren Ängsten und Zweifeln ins Gesicht zu schauen und sich ihnen zu stellen. Werden Sie dadurch komplett angstfrei? Nein, das werden Sie nicht. Aber die Angst wird kleiner, verliert Ihre Macht über Sie und Sie bekommen Vertrauen, dass Sie mit der Angst umgehen können. Was bedeutet es nun genau, sich den eigenen Ängsten zu stellen? Ganz einfach. Erstens, Sie erkennen an, dass Sie Angst haben. Das ist gerade für viele Männer oft ein großer Schritt. Zweitens, Sie lernen Ihre Angst kennen und finden heraus, wovor Sie sich genau fürchten. Drittens, Sie lernen mit der Angst umzugehen. Lassen Sie uns das mal im Detail Schritt für Schritt durchgehen. Im ersten Schritt erstellen Sie erst einmal eine Liste mit all den Dingen, vor denen Sie Angst haben und mit allen Sorgen, die Sie beschäftigen. Dazu können Sie mit den zwei folgenden Satzergänzungen arbeiten. Ich habe Angst, dass... Ich mache mir Sorgen, dass... Ein Beispiel dazu. Ich habe Angst, dass ich Streit mit meinem Chef bekomme. Ich habe Angst, das zu sagen, was ich will. Ich habe Angst, dass meine Eltern enttäuscht von mir sind. Ich habe Angst, dass meine Freunde mich nicht mehr mögen, jetzt wo ich mich verändere. Ich habe Angst, dass ich nicht das Zeug habe, im Job weiterzukommen. Ich habe Angst, dass ich nur Absagen auf meine Bewerbungen bekomme. Ich habe Angst, dass ich nie einen Partner finde. Ich habe Angst, dass ich nicht genug tue und mich nicht genug anstrenge. Ich habe Angst, dass Oma sich nicht wieder von ihrer Hüft-OP erholt. Ich habe Angst, dass unser Betrieb zumacht. Ich habe Angst, dass den Kindern etwas passiert und so weiter und so weiter. An den Beispielen haben Sie gesehen, manche Ängste drehen sich um konkrete Situationen, wie zum Beispiel die Absage auf eine Bewerbung. Bei anderen Ängsten geht es eher um Lebensthemen, zum Beispiel darum, die Eltern nicht zu enttäuschen oder darum, dass wir Angst davor haben, für uns einzustehen. Jetzt sind Sie wieder an der Reihe. Schreiben Sie jetzt Ihre Liste mit Ihren Ängsten. Ergänzen Sie dazu die Satzanfänge Ich habe Angst, dass... Ich mache mir Sorgen, dass... Und es kann sogar gut sein, dass Sie es als befreiend erleben, Ihre Ängste einmal alle herauszulassen und Ihnen einen Namen zu geben. Halten Sie die Wiedergabe bitte jetzt an und schreiben Sie Ihre Liste. Sobald Sie alle Ängste und Sorgen aufgeschrieben haben, gehen Sie Ihre Liste bitte noch einmal durch. Das ist der zweite Schritt dieser Übung. Sie werden auf Ihrer Liste einige Ängste und Sorgen entdecken, die Ihr Leben besonders stark einschränken. Auch wenn es verlockend ist, gleich mit diesen zu beginnen, ist es sinnvoller, zum Üben nicht gleich Ihre größte Angst zu wählen, sondern erst einmal mit einer kleinen Angst zu beginnen. Suchen Sie sich jetzt eine Angst oder Sorge aus Ihrer Liste heraus, mit der Sie dann weiterarbeiten. Halten Sie die Wiedergabe bitte so lange an, bis Sie sich entschieden haben. Jetzt folgt der dritte Schritt. Nehmen Sie Ihre Angst oder Sorge, die Sie eben ausgewählt haben, und formulieren Sie diese wie einen Glaubenssatz. Erinnern Sie sich noch an Woche 7 und besonders an die komplexen Glaubenssätze, bei denen die einzelnen Teile durch das Wort »weil« oder den Ausdruck »und das bedeutet« miteinander verbunden waren. Formulieren Sie jetzt aus Ihrer Angst auch so einen Glaubenssatz, indem Sie zuerst die Angst aufschreiben und den Gedanken dann durch ein »weil« oder ein »und das bedeutet« immer weiterführen. Dazu wieder ein Beispiel. Ich habe Angst, dass ich meinen Job verlieren könnte, weil ich dann vielleicht keinen neuen Job bekomme, und das bedeutet, dass ich dann zum Sozialamt muss, und das bedeutet, dass ich dann ein Versager bin, und das bedeutet, dass mein Vater Recht gehabt hätte, als er sagte, ich würde zu nichts taugen. Ein zweites Beispiel. Ich habe Angst, bei einem Meeting meine Meinung zu äußern, weil ich etwas Dummes sagen könnte und weil die anderen dann über mich lachen könnten und ich mich dann schämen würde. Sie sehen, wie auch in Woche 7 kommen Sie hier durch das Wort »weil« und den Ausdruck »und das bedeutet«, schnell an den Kern »schnell an den Kern« Ihrer Angst. Bitte pausieren Sie die Wiedergabe und formulieren Sie jetzt Ihre Angst wie einen Glaubenssatz. Gehen Sie dabei in die Tiefe, indem Sie eine solche Bedeutungskette bilden, wie Sie sie in den Beispielen kennengelernt haben. Kommen wir zum vierten Schritt. Sobald Sie Ihre Angst wie einen Glaubenssatz formuliert haben, hinterfragen Sie ihn, genauso wie Sie es auch in Woche 7 getan haben. Denn eine Angst ist nichts anderes als ein Glaubenssatz. Das heißt, Sie beleuchten jetzt Ihre Angst oder Ihre Sorge und prüfen jetzt objektiv und realistisch, ob es angemessen ist, an dieser angstauslösenden Denkweise festzuhalten. Nehmen wir an, Ihre Angst würde lauten, ich darf meinen Job nicht verlieren, weil ich sonst ein Versager bin. Dann stellen Sie Fragen wie »Welche beweisbaren Anzeichen gibt es überhaupt, dass ich meinen Job verliere? Muss ich wirklich zum Sozialamt, wenn ich meinen Job verliere? Bin ich wirklich ein Versager, wenn ich meinen Job verliere? Bitte schauen Sie sich dazu die Woche 7 noch einmal an, in der genau gezeigt ist, wie Sie einen Glaubenssatz hinterfragen können. Manche Ängste, insbesondere die Irrationalen, werden durch das Infragestellen kleiner und ihre Macht über sie verlieren. Andere Ängste und Sorgen werden sich vielleicht als teilweise begründet herausstellen. In diesem Fall stellen Sie sich schriftlich auch noch die folgenden Fragen. Was kann ich im Vorfeld tun, um das Risiko abzuschwächen? Was kann ich tun, um mit dem Risiko konstruktiv umzugehen und die Situation zu meinen Gunsten zu beeinflussen? Wenn der schlimmste Fall eintritt, was würde das wirklich bedeuten? Wie könnte ich damit umgehen und wie könnte ich dann das Beste daraus machen? Durch diese Fragen schauen Sie bei einem realen Risiko nach vorne, bereiten sich gut vor und machen einen Plan. Durch so einen Plan stellen Sie sich Ihren Ängsten und gehen positiv mit Ihren Sorgen um. Durch diese Fragen bekommen Sie das Gefühl, Kontrolle über Ihr Leben zu haben und fühlen sich nicht als Opfer der Umstände, weil Sie tun, was Sie tun können. Wenn Sie sich der ersten Angst auf diese Art und Weise gestellt haben, gehen Sie zurück zu Schritt 2 dieser Übung und wählen die nächste Angst und stellen sich dann dieser und allen anderen. Das machen Sie natürlich nicht alles an einem Tag, sondern Schritt für Schritt. Viele Ängste werden Sie sich auch mehrmals vornehmen müssen, bis Sie diese im Griff haben. Aber der Prozess lohnt den Aufwand. Verdrängen und ignorieren Sie Ihre Ängste und Sorgen nicht, lassen Sie sich aber auch nicht von ihnen vereinnahmen und bestimmen. Machen Sie sich Ihre Ängste und Sorgen bewusst, hinterfragen Sie diese und stellen Sie sich ihnen. Wenn Sie sich regelmäßig Ihren Ängsten stellen, nehmen Sie Ihren Ängsten die Macht. Und was das Wichtigste ist? Sie stärken damit Ihr Vertrauen in sich selbst und in das Leben und Sie werden dadurch positiver und optimistischer. Und nun sind Sie wieder an der Reihe. Bitte nehmen Sie Ihre Angst, die Sie im vorangehenden Schritt als Glaubenssatz formuliert haben und disputieren und hinterfragen Sie die Angst oder die Sorge. Und falls sich die Angst als begründet herausstellt, machen Sie einen Plan, wie Sie mit der Sache umgehen würden, falls es wirklich dazu kommen sollte. Halten Sie die Wiedergabe bitte jetzt an und bearbeiten Sie Ihre erste Angst. Nehmen Sie sich dann in den nächsten Tagen weitere Zeit, um auch Ihre anderen Ängste zu bearbeiten. Los geht es! Und? Haben Sie Ihre erste Angst auseinandergenommen? Sie werden sehen, wenn Sie neue Glaubenssätze etablieren und wenn Sie sich systematisch Ihren Ängsten stellen, dann wird sich Ihr Blickwinkel Schritt für Schritt verschieben und Sie werden immer mehr positive Erfahrungen sammeln. Und jede davon macht es Ihnen leichter, noch mehr in sich selbst und das Leben ganz allgemein zu vertrauen. Und? Zum Schluss dieser Woche wie immer eine Zusammenfassung. Spüren wir ein Vertrauen ins Leben und Vertrauen in uns selbst, macht das unser Leben schöner und einfacher und wir erreichen auch unsere Ziele leichter. Wie sehr wir dem Leben vertrauen, wird durch unsere Denkmuster bestimmt und durch die Art, wie gut wir uns unseren Ängsten, Zweifeln und Sorgen stellen. Sie können mit Autosuggestion neue Denkmuster etablieren, durch die Sie mehr Vertrauen ins Leben haben. Zweifel, die Ihrem Vertrauen ins Leben entgegenstehen, können Sie durch Glaubenssatz Training abschwächen. Sie können sich Ihren Ängsten aktiv stellen, indem Sie sich diese bewusst machen, sie als Glaubenssätze behandeln und infrage stellen und einen Plan entwickeln für den Fall, dass wirklich der schlimmste Fall eintritt. So können Sie Schritt für Schritt und immer mehr und mehr das Gefühl des Vertrauens in Ihrem Leben etablieren. So viel für diese Woche. Bis zur nächsten Ausgabe. Ihr Ralf Senftleben